Mein Name ist Jay Mumford, wir sind hier im Millers und heute zu Gast ist Katha Langstrumpf. Ich spreche heute über eine Nemo aus dem Film. Ah, auch mega herzig! Der heisst mit dem richtig biologischen Namen Clownfish. Und die Clownfische kommen immer als Männchen auf die Welt. Die leben dann in Gruppen zusammen von etwa vier bis fünf Männchen mit einem doppelt so grossen Weibchen. Wenn das Weibchen stirbt, verwandelt sich das ranghöchste, stärkste Männchen in ein Weibchen. Jetzt muss man Frau sein, muss man ein richtig harten Mann sein. Und ihr werdet staunen, in einer Woche ist das Tier doppelt so gross und ein vollständiges Weibchen. Ich habe das als Guide in der Queerausstellung im Naturhistorischen Museum Bern gelernt. Die Ausstellung Queervielfalt ist unsere Natur, die immer noch als virtuellen Rundgang auf der Webseite des Museums zugänglich ist. Die Ausstellung Queerval ist unsere Natur, die immer noch als virtuellen Rundgang auf der Webseite des Museums zugänglich ist.